Unsägliches Aussprechen Die intensive Auseinandersetzung mit sexueller Gewalt begann im BDKJ Anfang der 1990er Jahre. In Seminaren wurde das Thema angesprochen und der Blick dafür geschärft. Es waren vor allem die Frauen im BDKJ, die sich dem Thema stellten und es in die Öffentlichkeit brachten. Schließlich fasste der BDKJ 1994 den Beschluss, nicht sexuelle Gewalt ist ein Tabu, sondern das Reden darüber und brachte ihn anschließend in die Arbeitsgemeinschaft Katholische Organisation Deutschlands und die Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz ein. Unterstützung fand er zwar bei der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands und dem Katholischen Deutschen Frauenbund sowie der Jugendkommission, doch es gelang nicht, die Anliegen der Überlebenden und die nötige innerkirchliche Aufarbeitung in Gang zu bringen.